bei der kombination wirklich self care und botanisches wissen und dann noch mal ein med kit weil du halt noch mal 50 prozent mehr aufladung hast ist vielleicht auch nicht so verkehrt ja vor allem beim ranger medkit ist komplette heilung mehr komplette heilung mehr dafür lohnt sich dann die kombination schon und ich sag mal so also zweimal heilen sollte eigentlich so das maximum sein was man in der runde macht also wenn man sich dann noch mehr heilt dann ist dann läuft irgendwas ganz ganz gewaltig falsch da läuft irgendwas ganz ganz gewaltig falsch irgendwas kommt gerade an aber wir können jetzt rein wobei ich mach jetzt erstmal hier mit ich mach jetzt aber erstmal hier mit ich glaube wir haben deathlinger ja der hat sowieso immer einen kleinen ja wir haben das finger wenn man einen ganz ganz kleinen radius pretty small mark sie bis auf marke sie uns auch nicht gegen das finger zu spielen na hallo wie geht's ja hier sitz ich hast mich nicht gesehen ich werde immer ich werde immer übersehen ja jetzt natürlich erstmal nur einen gen fertig das ist nicht ganz so geil da komme ich jetzt rechtzeitig hin nur dass er mich sieht über barbecue und chili bei barbecue und chili sollte man immer davon ausgehen dass der kleines dabei hat okay wir haben auch da ein leid was die sache jetzt effektiv nicht ganz so geil macht leise guckt aber hier auch mal in die richtung wartet der irgendwo i don't know ja das heißt für uns wir sollten jetzt echt schnell die gens durch prügeln ja sieht nämlich auch der survivor hier so auch steckplätze sind auch schon weg oh boy oh boy haha haha sorry hi tschüss hee hee hi das war jetzt auch irgendwie so bullshit von mir er will mich aber glaub ich gar nicht nö oh bitte destrike kein destrike schade ja ich muss mich jetzt erstmal heilen jetzt kann ich aber ne kackbox machen aber der kommt gerade in meine richtung das ist ein bisschen doof Das ist ein bisschen doof. Da oben scheint der Gen gleich fertig zu sein. Wir müssen jetzt echt ein bisschen aufpassen, wenn wir uns nicht ver-Gen. Ja, wenn zu viel auf einer Seite gemacht werden, ist auch doof. So, ich geh mich kurz nochmal heilen. Okay, abgehangen wurde auch schon. In meinen Runden auf Rang 4 habe ich Selfcare und heilen sich fünfmal pro Runde und ich ver-recke nach dem ersten Hook, falls ich an den Haken komme. Ist nicht wirklich, auch meistens, geben die Kille auf. Ja gut, aber du musst es ja mal so sehen, das kannst du nur bringen, wenn die Leute auch einigermaßen gut laufen. Ja, wenn effektiv nicht gut gelaufen wird, dann ist es einfach nur Waste of Time. Irgendwann werden dann die Paletten euch ausgehen. Ja, und dann ist eh Sense. Dann ist Sense. Okay, hier vorne ist ein Gen. Let's go. Hallo, how's it going? I'm Chris, by the way. So, der hat schon zwei Stacks für Dying Light. Das heißt schon fünf, ne, fünf Prozent? Müsste fünf Prozent sein, ne? Zweieinhalb pro. So, war weich glaub schon. Ja, beim neuen, beim neuen Rankingsystem, beziehungsweise beim neuen Klassensystem müsste man auch die Farbe dazu nennen, ansonsten ist das nicht ganz so super wichtig. Wobei es halt wie gesagt trotzdem super, super leicht mittlerweile ist. Das ist halt eine wichtige Palette, ne? Oh, das habe ich aber irgendwie krass gemacht, ne? Ich habe jetzt den Schuss mit der fallenden Palette geblockt. Das ist schon irgendwie krass gewesen. Das war jetzt schon irgendwie sehr, sehr krass. Oh, hier haben wir nochmal so eine schöne Stelle. Killer will mich schon gar nicht mehr. Aber jetzt ist natürlich die Palette weg. Immer schön zu hören, wenn Leute das können. Was können? Oh, shit. Das macht die Sache jetzt gerade nicht ganz so geil. Das macht die Sache gerade überhaupt nicht geil. Absolut nicht geil. Ich gehe mal kurz im Haupthaus gucken, ob da irgendwas ist, was vielleicht so ein bisschen lodert. Oh, oder der kommt einfach her. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Oh, hier lodert übrigens, ja. Der wollte sofort einmal schauen. Ja, wir wissen aber jetzt, dass es da drin ist. Der scheint auch nicht mal so krass zu sein, ne? Aber deswegen hat der auch so ein bisschen getunnelt. Ja, der hat sich auch gedacht, so hey Mensch. Ähm, ich hab die Bauer Hope. Ich muss jetzt ein bisschen tunneln. Ja? Denn Capi hört, das ist richtig, richtig krass. Ich will mich aber schon gar nicht mehr schüttern. Aber da wurde schon wieder abgehangen. Ich muss sofort das Tote machen. Das nützt nichts. Das Tote mal ist vorragend. Aber da wird er wahrscheinlich die ganze Zeit rumtingeln. Das Gute ist, dass wir auf der Seite halt schon zwei Gents fertig sind. Das heißt, ganz so lange müssen wir eigentlich auf der Seite gar nicht mehr sein. Ja. Ja, und da ist natürlich dann wieder die Stärke von, äh, von SWF-Gruppen. Oh. Das zum Thema nach hinten gucken und nirgendwo gegenwamsen. Second Mouse Attack oder? Nee, nee. Geht nur mit der Hauptattacke. Geht nur mit der Hauptattacke. Ja, 360 ist auch, äh, absolut unnütz, ja, weil die meisten Killern eh einfach warten. Ja, die warten alleine schon wegen Dead Hard. Und da kannst du dich so häufig drehen, wie du magst, bis du, äh, in den Kreislaufverlauf bekommst oder was. Oder einen Drehwurm. Aber der Killer wird dich dann trotzdem treffen. Ja, ich halte auch den Killer jetzt gerade wieder nicht für super gut. Ja, er protecte es halt einfach. Er protecte es halt einfach. Ja. Und auch mit Tunnelentscheidern kein Problem zu haben. Siehste, er bleib jetzt, er bleib jetzt da. Mal wobei. Hier, komm her. Oh no, Mr. Killer, please, down. Seht ihr, dass der nicht wirklich gut ist? Hält mich aber auch bitte direkt auf. Dankeschön. Vielleicht guck jetzt erstmal noch an seinen Tote. Ja, das war mir irgendwie klar. Okay, aber das war jetzt, das war jetzt absolut kein Timing. Das war eigentlich eher doof. Ja, weil da hat das Totem definitiv Priorität. Aber ich glaube, die Hälfte von der Gruppe weiß noch nicht mal, dass das Totem da drin ist. Gehe ich stark von aus. Gehe ich einfach stark von aus. Also das zum Thema Matchmaking, auch zum Thema mit den Survivoren gematcht werden, nicht nur mit dem Killer. Ich finde es generell, ähm, wenn sie wegen, äh, Dead Dings, äh, warten, dann ist es einfach. Ach, du meinst wegen Dead Hard. Ja, aber deswegen bringt ja auch ein 360 nicht mehr so viel. Ja, es ist ganz, ganz selten, dass ein 360, äh, noch was bringt. Ja, beziehungsweise nicht mal ein 360. Ich würde es eher gekonntes Ausweichen nennen, weil es muss noch nicht mal ein 360 sein, damit der Killer daneben schlägt. Ja, manchmal läufst du einfach, oder fängst du nur nach rechts an. Er schlägt zu und läuft einfach geradeaus und dadurch trifft er dich nicht. Kann auch möglich sein. Gut, das steht immer noch, oder? Ja. Und gucke, wer wieder ankommt. Ja, dankeschön. Jetzt wäre ich wahrscheinlich weg im Mugi. Ja, erst nochmal kurz am Toten gucken, ja? Das ist wichtig, das ist wichtig. Und bye bye. Ich sag, er ist eins der brutalsten Moris, ne? Das ist es halt, ja? Wo, wo setzt das Matchmaking an? Oder gibt es überhaupt Matchmaking? Wir haben sogar einen Pip bekommen für die Runde.